Oh, Laura, das reicht mir jetzt wirklich. Dein Zimmer wird immer schlimmer. Überall sammelt sich schon der Staub. Du musst wirklich aufräumen und putzen. Man kann hier nirgends hintreten. Überall liegt dein Zeug rum. Ach, so unaufgeräumt ist es doch noch gar nicht. Ich räume später auf. Bis jetzt habe ich ja noch alles gefunden, was ich brauche. Ich bin richtig sauer. Schaut euch die ganze Geschichte an. Im Link in der Infobox.